Herzlich willkommen im Internet. Heute eine Meldung aus Tübingen und Berlin. Karl Lauterbach verbreitet falsche Zahlen über das Tübinger Modell. Ja, niemand macht gerade lauter Krach als Covid-Blogwart Lauterbach. Falsch gerechnet, dafür schnell, sagt er, das Tübinger Modell ist ganz klar gescheitert. Also ist Twitter unverbreitert. Doch ohne Federlesen, sagen Lisa und Boris, mal von dieser Seite aus betrachtet, hat da jemand wohl die Stadt verwechselt mit dem Landkreis. Und wie jeder Dilettant weiß, der kleine Karl redet konstant. Schlecht durchgerechneten Unsinn.